Einige werden jetzt wahrscheinlich wieder schreiben, oh, Spinnen sind so süß. Ja, die Spinne bei Uri war am Ende sehr süß. Sie hatte aber auch super kleine, viele kleine Manga-Augen. Hallo, bitte streiche mich. Ich bin nicht mehr böse. Was habe ich heute? Ich glaube, ich habe gestern nicht gestreamt. Ich habe heute voll ihn weg.